Er ist jung, mega sympathisch und kann unverstehend gut zaubern. Hier ist für euch Steven Brandet. Hi Steven. Hi. Also wir probieren jetzt was aus hier mit dem Zauberwürfel. Aber es ist besser, wenn du den hier durcheinander bringst, wenn du den verdrehst. Ich löse das ganz schnell. Okay. Sieht gut aus. Wie schnell soll ich es machen? 20 Sekunden. 20 Sekunden. Also wenn ich sage los, zählen alle bis 20. Ich nehme die Zeit. 20 Sekunden. Okay. Ready, set, and... Also Achtung, fertig. Los. Okay. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Ihr könnt mitzählen. Komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5,.... 10, 9, 8, 7, 6, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 16, 17, 17, 18, 20, 17, 23,26 gente. Das ist ja keine Zauberei. Da gibt es Leute, die können es noch schneller. Nein, jetzt machen wir ein bisschen Zauberei. Wir verdrehen es noch mal. Schau mal, alles wird jetzt hier verdreht. Alle 6 Seiten. Jetzt machen wir das mit einer Hand. Und zwar in der Tüte. Jetzt ist er total verdreht und jetzt gelöst. Na ja. Da ist ja noch einer drin. Nein. Darf ich gucken? Nein, du darfst nicht gucken. Ich guck mal. Es ist leer. Ehrlich. Nein, guck. Wir verkaufen mich jetzt echt für blöd, glaube ich gerade. One more time, one more time. Nein, nein, noch mal. Pass auf. Okay. Schau rein. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ich mache das jetzt mal, ohne ihn zu berühren. Das ist echt leer. Ich verdrehe ihn noch mal. Also, prüf es noch mal. Du kannst es immer noch sehen. Ja, verdreht. Jetzt ist er gelöst. Unsolved. Und jetzt wird er verdreht. Gelöst? Ja, du traust mir nicht. Ich weiß das schon. Also. Guck mal hier. Da ist er wieder gelöst. Ne. Das ist ein Würfel. Also, als ich ein Kind war, habe ich an Wettbewerben teilgenommen. Habe ich das so schnell gemacht, wie ich konnte. Meine beste Zeit war rund 12 Sekunden. Aber ich habe nie gewonnen. Und dann habe ich gelernt zu betrügen. Damit es besser läuft. Guck mal jetzt. Alles wird jetzt hier verdreht. Das Geheimnis beim Betrügen ist ja, dass man den Rubens Cube gar nicht verdreht. Also, guck genau hin. Jetzt immer eine Zehntel Sekunde. Zack. Hä? Ja. Geht mit Zauberei. Das war ich, aber jetzt machst du es mal. Komm, wir versuchen es mal. Okay. Zeig mal beide Hände. Also, wir verdrehen den. Aber hinter dem Rücken. Okay. Ich mache was hinter dem Rücken. Du fängst ihn. Ja. Bist du bereit? Ja, ja, ja. Bist du soweit? Ja, ich fange. Also, er ist jetzt komplett verdreht. Dreh dich mal um. Ey, das gibt es doch nicht. Jetzt versuchen wir es mal ohne das Hinterrücken. Also, pass mal auf. Schau genau hin. Er wird komplett verdreht. Irgendwann glaubst du da auch alles. Ja, ist nicht fair, wenn ich das mache. Also, jetzt mach du mal hier. Verdreh den mal so gut du kannst. Verdreh ihn so wild, wie du es schaffst. Und jetzt zeig ich dir mal eine andere Lösung noch. So ist okay. Reicht. Perfekt. Das ist der, den du verdreht hast. Okay. Das wäre beeindruckend, wenn ich nicht einen zweiten Würfel drin hätte. Nein, das ist nicht der Trick. Ich will was anderes dir zeigen. Okay. Also, verdeck mal den von dir verdrehten Würfel. Und jetzt zeig dir mal eine alternative Lösung. Pass mal genau auf, was ich jetzt mache. Okay. Jetzt sind wir so weit. Guck mal. Also, das ist jetzt nicht der gelöste Zauberwürfel, sondern der ist jetzt genauso verdreht wie deiner. Genau so. Pass auf. Guck dir das an. Genau gleich verdreht. Nein. Ey, das geht doch gar nicht. Also, eine Seite ist schon ziemlich gut. Aber guck. Seite zwei. Drei. 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 Ich geh nach Hause. Ist das verknüpft, oder? Drei. Alle Seiten sind genauso verdreht wie bei deinem. Das ist immer noch nicht so, dass du der Zauberer bist. Also, ich will, dass du die Leute beantwortest. Ich weiß, dass ich gut bin. Aber ich will mal sehen, wie du kannst. Also, komm wir tauschen mal die Plätze. Du hast jetzt die Hauptrolle. Ich will, dass du den hinterm Rücken versteckst und dann hinter deinem Rücken verdrehst. Krieg ich hin. Also, jeder kann das sehen hier. Ist total verdreht. So, jetzt nehmen wir ihn mal. Und jetzt verdrehe ihn, verdrehe ihn, verdrehe ihn, schneller, langsamer, wie auch immer. Ja, mach immer weiter. Und ich möchte, dass du irgendwann aufhörst, sobald du das Gefühl hast, jetzt reizt. Jetzt! Okay, stopp, hab ich. Also, es wäre wirklich beeindruckend, wenn du das schaffen könntest, den zu lösen. Zieh mal langsam hervor. Ich hab hier keinen anderen, oder so. Ey, das ist der Würfel. Das war echt der Hammer. Das ist ja wohl der Hammer. Das war echt der Hammer. Untertitelung des ZDF, 2020